Ich brauche noch so einen kleinen Kick gleich im nächsten Video. Aber was ich richtig feiere, ist, dass du das Wort eloquent benutzt hast. Das habe ich richtig gefeiert, weil wenn man es kennt, dann isst man es meistens auch. Das habe ich gefeiert. Das finde ich richtig gut. Okay, eloquent.